Herzlich Willkommen zum TSI-Wochen-Update. Heute habe ich Ihnen eine besondere Kurve mitgebracht, nämlich eine besondere Jahreskurve des DAX. Bevor wir dazu kommen, aber zunächst einmal ein Blick auf die Weltmärkte. Und da stellen wir fest, gestern hat es auch angefangen an den US-Börsen zu wackeln. Entsprechend also heute ein Blick auch auf den S&P 500 einmal. Natürlich immer etwas längerfristig wie bei uns Standard, denn so aus ganz kurzfristigen Kursbewegungen können wir keine Anlageentscheidungen ableiten. Also hier der S&P 500 seit Anfang 2015. Aus einer Konsolidierungsformation rausgegangen und jetzt schön in einem Aufwärtstrend. Sie sehen hier, der Aufwärtstrend ist völlig intakt, auch wenn es hier jetzt mal diesen Zacken nach unten gab. Ob man die 200-Tage-Linie anlegt, die weiße Linie, oder ob man hier mit Trendlinien arbeitet, wie jetzt hier die schwarze unten. In beiden Fällen hätten wir noch ein bisschen Luft nach unten. Das wären Korrekturen, die schon wehtun kurzfristig, aber die völlig überhaupt nichts daran ändern würden, dass man hier investiert bleiben kann in diesen Markt. Entsprechend also, ja, es hat im Moment mal gewackelt. Ja, wir befinden uns in den Sommermonaten, wo das häufiger mal passieren kann. Aber das sollte noch keine Auswirkungen haben auf die mittelfristige Anlageperspektive, die wir ja verfolgen. Ja, und entsprechend als zweites nochmal den DAX kurz im Blick. Hier hat sich auch nicht so viel getan. Es geht leicht runter, aber das geht sozusagen noch, als die Experten würden sagen, eine Bullenflagge durch. Wir bleiben auch bei der Börsenampel noch im grünen Bereich. Letzte Woche hatte ich ja erzählt, es geht zwar noch weiter runter, aber diese Kurve flacht hier etwas ab. Von daher ist zumindest in den nächsten zwei bis drei Wochen auch noch überhaupt nicht damit zu rechnen, dass wir hier vielleicht sogar auf rot schalten könnten. Entsprechend bleibt auch der Daumen hellgrün. Also wir können weiter in unseren Trendstärken Aktien investiert bleiben. Ja, und jetzt zur heutigen Wissensecke. Die Aktien-Jahres-Kurve habe ich es mal genannt. Sie werden relativ schnell verstehen, um was es da heute gehen soll. Nämlich, Sie sehen jetzt hier eine Kurve, in der der DAX wieder mal seit 1959, seit es eben Aufzeichnungen gibt, abgetragen ist. Und zwar im Verlauf während eines Jahres. Und die Jahre also immer im Mittel so übereinander gelegt. Und Sie sehen, in den ersten Monaten des Jahres geht es doch relativ kontinuierlich nach oben. Und auch das, wo wir immer wieder auch drauf kommen, auf dieses Thema, dass in den Sommermonaten auch mal etwas ruppiger zugehen kann. Das sehen Sie hier auch ziemlich glatt. Ab ungefähr Mitte Juli bis ungefähr Mitte September haben wir hier im Schnitt einen Verlust von, wenn Sie hier sehen, bei 6% sind wir schon gelandet im Sommer. Es geht dann runter auf ungefähr 2,5 bis 3. Das heißt, im Schnitt verliert der DAX hier tatsächlich insgesamt einen Wert. Und wir sind auch hier gerade mittendrin. Also so Mitte August, das ist eigentlich so die Phase, wo er vielleicht noch so ein bisschen konsolidiert. Und dann kann es also auch nochmal um das ein oder andere Prozent runtergehen. Was aber nicht bedeutet, dass man automatisch mal aussteigen muss, weil es ja auch Transaktionskosten verursacht, weil es nicht jedes Jahr so sein muss. Und entsprechend, naja, nehmen wir diese Phase hier einfach mal in Kauf, so sie denn kommen sollte. Ab Mitte September hält sich das Bild dann wieder auf, hin zur Jahresendrallye, die vielleicht ja dieses Jahr auch noch vor uns steht. Noch ein letztes Wort zum TSI Depot. Heute wiederum keine Transaktionen. Alle Werte befinden sich in einem guten Trendbereich. Also können Sie entspannt den Sommer genießen. Das Wochenupdate geht jetzt auch in eine längere Sommerpause und meldet sich dann wieder in etwas verändertem und neuem Look am 29. September. Machen Sie es gut.